Und sag mal willkommen zurück zur Mario Party hier in Donkeys Dschungel-Anteuer in Runde 8. Mario landet mal direkt auf ein Fragezeichen. Interessant. Ich glaub das ist das erstmal, ne? Zack. Fast wieder am Start. Aktuell führt Luigi mit einem Stern. Ach, ich bin dran. Okay, Fragezeichen, aber es passiert nichts, weil da keiner steht. Naja, einmal Fragezeichen in der Tasche. Hm. Vier Spieler. Ah, ein vergrabbener Schatz. Ah, das ist geil. Suche nach der versteckten Schatztuhl. Die Pfeile weisen dir den Weg. Drücke wieder holt A um zu graben. Versteckte Pfeile weisen den Weg zur verborgenen Schatztuhl. Ah, das war halt, das zu erklären ist geil. Gut luck jetzt hier. Einmal Richtung Mitte. Ich glaub wir, wir sind ja alle ganz falsch. Okay, Pfeile zeig mir nach oben. Ah ja, yes. Ein Mario hätte direkt schaffen können. Juhu. Okay. Weiter geht's. Mal schauen, ob ich jetzt noch hier gewinnen werde. Ich kann erstmal Münzen klauen. Ne, Stern sogar. Hm. 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 Wissen für einen Stern. Jetzt mach ich mal 2,5. Dann führen wir jetzt, was ist gut. Nochmal würfeln. Yes. Wir sind wieder fast alle am Start, ne? Ja, 1, 2, 3. Nur der Luigi nicht. Doch alle. Voll die Abzocke 10. Die Munzeln, ey. Boah. Boah. Ja. Okay, Mario holt es wahrscheinlich den nächsten Stern. Vielleicht könnte er dann jetzt hier links kommen. Okay, ich mache Platz. richtige Wegversperrer. Ja. Knall voll. Ach, schade. Ah, Bobarm, das ist gut. Ja. Gebe den Bobarms schnell mit A an jemanden weiter, bevor er explodiert. So wie schon wieder drauf anpassen, der Bauern wird größer und größer und größer, bis er schließlich explodiert. Okay, let's go. Auf wen gehen wir als erstes? Luigi steht da ganz oben, ne? JAHU! Hauptsache nicht zu mir. Puh! Das ist das Ende. Ach ja. Hm, stimmt. Da war ja was. Amari verliert sogar die 15 Münzen. Interessant. Wäre besser, wenn Luigi das will. Naja, haben alle genug Münzen. Ja, der muss ja nach oben. Ja, jetzt muss man mal ausrechnen. Für einen Stern hat man jeweils 10 Münzen, um da durchzukommen. Da noch 20 Münzen 5 Stern sind schon mal bei 40 Münzen. Und der Donkey ist so blöd. Oh, Mario, fast. Okay, Wario. Ah, Luigi könnt ihr noch holen. Ja, ne 8 hätte Luigi gereicht. Boxen laufen. Bosa Skimmassen. Oh ja, nice. Hm, das ist ein nice Spiel. Ziehe und zehre an Bosa's Gesicht, damit es wie gezeigt aussieht. Greife es mit A und bewege es mit dem Stick. Widerrufe mit B. Schau mir das Beispiel gut an. Genauigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. So seh ich gerade aus. Ne, passt gar nicht. Das ist ja ganz falsch. Ja, wieviel Prozent schaffe ich? Passt nicht ganz perfekt. Ach, die Augen trauen noch. Scheiße. 83, naja. War mal besser. Kann ich die Augenbrauen gesehen? Letzten 10 Runden. Ovario kämpft durch den Stern. Ja! Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Ah okay. Ja, die Augenbrauen sind nach oben gegangen. Oh, die Augenbrauen sind nach oben gegangen. Außer Luigi kann da noch hinkommen. Das war ja klar für ein Donkey, ne? Kann ich auch glauben, also. Geh nach Wurzeln. Ah, wegen Fragezeichen, ah, schlauer Typ. Ah, ne goldene Statue, wenn dir. Kannst du in den Schrank stellen. Nur 10 Menschen. Geht doch voll. Günstiger als ein Stern und sieht sogar besser aus. Wie das aussieht, der kleine Mario, Alter. Eigentlich schlau gemacht, ne? Ah, Donkey. So kommen wir nie vorwärts, ey. Okay, Luigi holt sich den Stern. Dann in der nächsten Runde. Kanoneninsel, mein Glühbirnen-Tanz. Verlassen jetzt mal. Ach, das hier. Lauf mit der Glühbirne so schnell du kannst. Zur Fassung. Lass dich nicht von dem Buches packen. Bewegen, springen und angreifen die... Keine Glühbirne, okay? Wenn jemand von einem Buch angegriffen wird, attackiere ihn, um ihn zu befreien. Okay, let's go. Ready? Go! Hier, mitzauern. Mitzauern? Nein, jetzt nicht. Guter Trick. Ich glaube, wir werden das vergessen, Alter. Mario rettet den anderen. Das war blöd. Ist der... Oh, das war knapp, aber das war's jetzt. Das... Nein, Hilfe! Das kann nicht anders sein, dass wir uns jetzt hier noch retten. Und jetzt sind wir weg. Da vorne war die Fassung. Äh. Schade. Alle verlieren Münzen. Ja, das ist gut. So, dass alle verlieren. So, jetzt besser als eine Eins. Ja, eine Drei. Ich hoffe jetzt, dass der jetzt hier links kommt. Dass wir nach links gehen können. Hähnchen. Da, 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 du. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt auch zwei Steine hintereinander holen, eventuell. Nein, ich sage weiter links. Schade. Muss ich rumlaufen. Genau, von Vario, der ist Platz 1 und hat sogar die meisten Mützen also. Ja, wenn er, gut, nehmen wir da 10, könnte reichen. Ja, er macht es sogar. Geil. Der Luigi geht ab. Hätte ich seinen Stern nicht geklaut, hätte er jetzt schon 3. Muss man Glück haben, jetzt mal auf diesem Pilzfeld landet und dann noch mal eine 10 würfelt. Ach, der ist jetzt da. Ach, man muss bei Bursa vorbei. Okay. Das heißt, 30 Münzen braucht man da. Erstmal 10 für die Statue und dann noch 20 für den Stern. Großes Münzprügeln. Das war das. Aber alle gegen mich, das ist scheiße. Ich will keine Münzen verlieren. Ja. 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 Jau. Das hat ihr lahmarschig. Jau. Seid ihr lahmarschig. Jau. Hopp! einfach in die runde laufen nein jetzt haben sie mich ja okay zehn münzen verlor ich nur weil ich auf das risiko gemacht habe weil ich werde einen kreis gelaufen die münzen und wieder zurück Zehn Münzen bezahlen, Alter. Weniger Zehn Münzen. Ah, okay, ich wünsche ein Spiel. Das sollte halt kein Problem sein. Genau das Auge jetzt hier ist gefragt. Okay, ich sollte die Richtung... Yes! In sowas war ich eigentlich schon immer ziemlich gut. Okay, wieder Zehn Münzen zurück. Runde 13, ja. Ah, Luigi, ne? Ah, der cheatet doch. Läufbar-Ideen. Plattform-Chaos. Hm, was war das? Wo die Dinger runterfallen? Ich hoffe als erstes diesmal. Ah, noch vorne? Ja, easy. Tja. Die anderen hatten keine Chance. 15. 15. Boah, ich hätte... Ich wäre ausgab, wenn der oben gegangen wäre. Ausrufezeichen, ne? Für meine Chance vielleicht sogar. Einmal mit zwei. Ja, war ja immerhin das zweite Mal da Fragezeichen. Am Stern vorbei. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Okay, dann... Wahrscheinlich holt sich mal den Stern. Der ist der erste, der da langkommt. Was für ein Quatsch. Kommt er schon dahin? Er geht links? Okay. Ja, er wäre auf Fragezeichen gekommen. Ja, dann wäre er wie so weg. Ehhh. Er hat die ganze Zeit noch irgendwie vier Spieler. Draußen bleiben. Ich glaube, das hatte ich auch nicht. Was war das denn jetzt mal? Ich kann nicht... Ah, das mit dem Schlüssel. Ah, ja. Öffne die Tür und verhindere, dass die Stachelkubas den Schlüssel bekommen. Passe ihn mit B zu deinem Partner. Pässe zum Partner sind leichter, wenn sich die Stachelkubas nähern. Also vier Spieler im Team sogar. Geh rüber! Lauf, Donkey! Oh yes, gut gemacht, Dulci. Schatz, geborgen. Einfach, ist mir nicht schwierig. Da-da-da-da-da. Vor allem vier Spieler im Team. Das ist auch geil. Wahrscheinlich wird sich jetzt Mario den Stellen holen. Runde, 15. Diese Runde machen wir jetzt noch zu Ende. Geht da um? Ja, geht um. Geld sparen, ne? Hammerwerfen. Ja, sei schön. Gibt's Münzen, ne? Ja, Mario! Fang möglichst viele der Münzen, die der Hammerbruder herabwirft. Aber Vorsicht, er wirft auch mit Hämmern. So ein Stampfbackel. Wenn du an der Kante des Türms von einem Hammer getroffen wirst, könntest du herunterfallen. Gib also an. Und dann, glaub ich, ist man sogar weg. Man kann nicht weiter sammeln. Wenn einer runtergefallen ist, ist es hat man verloren. Oder wenn man Münzen sammelt hat und runterfällt, kriegt man nur die Münzen? Der Vario ist weg. Naja, Hammer. Die Pfanne alle darunter, geil. Hm. Gar nicht so viele. War ein ziemlich viel Hammer. Naja. Ah, sieben. Geht. So, die letzten fünf Runden beginnen. Hallo, ich bin Kupa. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die letzten fünf Runden beginnen. Ich frage mich, wer wird wohl gewinnen? Kommen wir nun zu den aktuellen Spielzuständen. Erster Luigi, zweiter Donkey Kong, Mario als dritter und Mario auf dem vierten. Wer wird der größteste im Feld? Ich glaube, dass Mario gewinnen wird. Nur weil es Mario-Party heißt. Ich habe eine freundliche Nachricht. Auf dieser Runde haben alle blauen und rot Felder den doppelten Wert. Außerdem gibt es von mir nur 20 Minuten zum Bonus. Das ist wirklich aufregend. Mit etwas, was geschickt ist, ist die die Chance aufzunehmen. Der Endspurt hat begonnen. Ihr wollt zu behalten werden. Viel Glück. Danke schön. Ob wir in den letzten fünf Runden noch einen Stern bekommen oder irgendwie Richtung ersten Platz schaffen werden, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Danke herzlich fürs Zuschauen. Da kommt nur noch nicht mehr, dass ihr bleibt. Fit im Schild. Und tschau. und packt mich wirklich aufzunehmen. Fertil... Du hast spät.